Mit dem traditionellen Trauermarsch zur Geldbeutelwäsche auf dem Freiburger Rathausplatz schließt jetzt auch die Breisgauer Narrenzunst mit der eigentlichen Fastnet 2018 in Südbaden offiziell ab. Damit die leeren Geldbörsen nach der kostspieligen 5. Jahreszeit wieder sauber sind für neues Geld, putzt sie die Zunft der Fuhrleute dafür jedes Jahr im Freiburger Bächlewasser, wegen der Kälte diesmal im Bottich gereicht. Ja schau mal hin, es tut sich schon wieder regen und bewegen. Ja, morgen geht es schon wieder dagegen. Und trotzdem steh ich traurig da und schreien einmal ganz laut »Nahri««! «Nahroo!» Untertitelung des ZDF, 2020